Darf ich im Homeoffice arbeiten, um eine Ansteckung zu vermeiden? Die Antwort lautet, einen gesetzlichen Anspruch auf Arbeit im Homeoffice gibt es nicht. Dementsprechend hängt es davon ab, was Sie in Ihrem Arbeitsvertrag, in Ihrer Betriebsvereinbarung oder, das wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft kommen, in Ihrem Tarifvertrag zu diesem Thema geregelt haben. Wo eine entsprechende Regelung aber nicht besteht, haben Sie keinen Anspruch auf Arbeit im Homeoffice.